hallo und herzlich willkommen hier mal ein kurzes video und zwar hätte ich gerne von euch ein paar fragen zu diesem spiel dazu würde ich dann in den nächsten tagen einige videos erstellen kloppt hier gerne alles drunter was euch interessiert eventuell habe ich ja schon was dazu gemacht was schwieriger wird ist wo die ganzen standorte sind von diversen drängen etc ansonsten könnt ihr gerne alles fragen und ich würde mir dann dazu was überlegen wie ich das am besten erklären kann ich würde sagen bis dahin lass gerne abo da und ciao